Rainer Brandt, ein neues Werk von Rainer Brandt, Rainer Brandt, Rainer Brandt, Rainer Brandt, Rainer Brandt hat wieder mal zugeschlagen, Rainer Brandt, mit seiner Spezialkamera, Zwergfell erschütternden Trainerbankstudien, Rainer Brandt, Rainer Brandt, Rainer Brandt, Kamera fertig, Ton ab. Wochentete, in der drüben ist das Tor. Was? Wo? Auf der ist das, Mr. Schiessen. Die sind zu dämlich, die im Garten das nie. Scheiße ist das. Die sind doch ganz jung. Was ist denn hier Scheiße? Ich rede von meiner Hosen. Na klar, jetzt haben sie endlich einmal wieder getroffen. Die Hosen machen ja wahnsinnig. Hast du hier sehen? Das war ein Tor. Ja, ja, ich bin ja nicht schlecht, also lass mich in Ruhe. Was bist du so schlecht gelaunt? Ach, dieser Scheißgumme meiner Hosen macht mich fertig. Däh, eins wieder! Seit ihr mich trinkt, hat ja einen Hammer, wenn ich noch einander Gumme meiner Hosen entdeckt. Hä? Hast du das gesehen? Aber geh quatsch mich doch nicht so blöd an. Also wenn du streit willst, haust du fein die Schnauze. Schau, was die mit dem neuen Bohnen machen. Ich hab doch gesagt, wir nehmen den alten. Scheißhosen, meine Gumme. Lange mach ich das nicht mehr mit der Züge, die Hosen aus. So geht er mir mit meiner Socken. Aber das wird doch eh nix. So ein Bullen kann der mit seinen Hinaugen gar nicht treten. Hi! Ja, warte, warte, ist er mit? In der Halbzeit muss er mir die Hosen an das Hemd annennen. Von Willi Daume persönlich. Der Daume ist doch gar nicht ihr. Egal. Hi, 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 hi. Hat einer unser Torwart gesehen? Ich bin doch hier, Herr Merkel. Na, der geht doch in die Kisten. Ja, ist rechts. Hirnmann! Ach, diese Frankfurter. Immer, wenn der einen blonden Kerl sich fährt, fährt er an zum Schmusen. Was sagt er, gib ihn doch. Ich sage dir. Ja, jetzt. Und, äh, haben wir doch. Ja, also die Hosen, Haare, den Schneider und den Schädel. Na ja, glücklich sieht's ja. Max Merkel, wie kommt es, dass gerade Ihre Jungs so außergewöhnliche Leistung zustande bringen, wie jetzt gegen Frankfurt? Disziplin und ein guter Rasen ist für mich alles. Morgens lasse ich überflüssige Grashalme, Zigaretten kippen und meine Kaugummis aufsammeln. Aha, hochinteressant. Ich, äh, lege auf besonderem Wert auf gut sitzende Sporthosen mit besonders...